Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Sky... Hallo! Minecraft Sky is related. Oh, schnell weg! Ich habe auch noch eine Spitzhacke. Ja, ja, ich habe auch noch ein Schwert. Ja, ich weiß, ich habe nur ein Schwert of Splintering und das ist in meinem Golden Bag of Holding. Ich habe da ein Schaf gesehen, das wird jetzt zu einem anderen Schaf gebracht. Komm her, hier, ich habe Futter. Ah, das fällt gleich runter, das fällt gleich runter. Dann hau doch ab. Wie so, hat es Angst vor mir? Ja, das glaube ich nicht. Ja, ich weiß, ich sehe furchterregend aus. Kannst du mal pennen gehen? Obwohl, bringt nichts, wenn die anderen nicht pennen gehen. Ah, hier ist doch gerade noch ein Schaf gespawnt. Bei den Schweinen geht es noch. Direkt mal getötet werden. Wieso ist da nichts drin? Geht ja mal gar nicht. So, kommt schön in die Ecke. Zumachen und... Hoppen! Kann ich dir noch was helfen? Solange der Clay brennt. Alter, der brennt. Ne, weißt du, was ich mache? Ein bisschen mein eigenes Ding. Du kannst pennen gehen. Ja, komm, lass ein paar Ender spawnen. Scheiß drauf. Da ist sogar ein Ender gespawnt. Schiss. Du hast doch bei der letzten Folge sowas von weit aus dem Fenster gelehnt. Da brauchen wir Ender-Pern, Alter. Äh, ich habe eigentlich nicht die Quest-Reihe gemeint, aber egal. Ah, ich dachte schon. Hallo, Enderman, ich guck dich an. Greif mich an. Da mach ich mir noch Sugar mit. Nein, jetzt ist der Idiot ins Void geplumpst. Der hat sich übers Void teleportiert. Echt? Juhu. Was für ein Honk. Aber echt. Was für ein Honk. Der muss mit dir verwandt sein. Das geht gar nicht anders. Ginger Seeds. Yeah, sehr cool. Äh, du sagst doch, du hattest Leder. Das hast du in meine Dreckkiste gepackt, ne? Ja. Sehr gut. Habe ich auch immer noch. Oh, sag mal, was bist denn du für ein Sadist? So kleine Gehege. Klar. Oh, du willst. Ich hatte doch hier irgendwie schon Ginger angepflanzt, oder täusche ich mich jetzt da? Doch, die sind beide sieben lang. Und sieben breit. Okay, das ist in Ordnung. Ich dachte gerade schon, dass du mich wieder ärgern willst. Nein. Ach, Kinsey. Hallo, Donkey. Würde ich schon niemals machen. Ich glaube, der ist sauer auf mich. Echt? Der Donkey. Hast du wahrscheinlich verdient. Ich habe ihn mit einem Blatt Papier geschnitten. Hm. Na komm, lauf. Wir haben genügend Karottensaft. Ich habe ja sogar Himbeerbrot. Oh ja, stimmt. Ach, immer noch nicht fertig. Noch lange nicht. Ich höre ein Skelett. Wo ist das? Ah, da versteckt es sich wieder. Komm doch an die Sonne, Freundchen. Freundchen? Freundchen. Komm an die Sonne. Du brauchst Farbe. Und kräftiges Rot-Gelb. Ginger. Da, jetzt habe ich zweimal Glammeroptik. Ja, natürlich. Das habe ich zweimal Ginger gepflanzt. Ich bin ein Idiot. Ja. Ja, ich weiß. Bell pepper. Ach komm, ist egal. Machen wir daraus jetzt Bricks. Wird schon schief gehen. Ich weiß nicht, ob es reicht. Ich glaube nicht. Aber was soll es? 50 Bricks. Jetzt habe ich da Stufen von. Jetzt weiß ich nicht, wie ich diese Blätter hier bekomme. Das ist ja echt ein Projekt hier. By Sleeves. Google ist dein Freund. Ja, aber nicht während der Aufnahme. Hast du kein Handy? By Sleeve. Doch, aber das ist doch doof. Es gibt ein By Sleeve Seed. Okay. Und wo kriegen wir den? Keine Ahnung, haben wir die vielleicht schon? Die werden wir wahrscheinlich so kriegen, wie alles. Seeds, Cocoa Beans. Ja, natürlich. Wir haben schon fünf Stück. Oh man, ich bin so doof. Sag nicht, ja. Grass Seed haben wir auch jede Menge. Pumpkin Seeds haben wir auch jede Menge. Und Potato Seed haben wir auch jede Menge. Sugar Cane Seed haben wir auch noch. Su-Saguaro-Frucht. Ja, ja. Das ist ein Teil. Ich werde jetzt Spaghetti machen gehen. Das finde ich toll. Aber nur für mich. Das finde ich nicht so toll. Nee, ich müsste eigentlich... Ich mache es jetzt wirklich mal nur für mich. Ich bin Egoist. Oh. Aber du hast übrigens den Erker vergessen. Mit dem Walrus. Ja, mache ich schon noch. Kann man ja nachholen. Okay. Ich wollte es nur sagen. Nicht, dass es vergessen wird. Also, was brauchen wir dafür? Was habe ich denn hier? Was haben wir denn hier? Barghetti. Die Soßenpfanne. Ja gut, einleuchtend. Jetzt habe ich die Tomaten vergessen. Ich dämel. Sind Tomaten reif? Hä? Tomaten sind reif, oder? Ich habe schon welche geerntet in der Kiste unten. Okay. Wo ist denn jetzt die Pasta? Wo ist sie, die Pasta? Esmeralda, wo ist sie, die Pasta? Ich habe doch in der letzten Folge Pasta gemacht. Habe ich die hier reingemacht? Ach ja. Ups. Dann brauche ich nur eine Tomate. Warum versteckst du ihm hier die Pasta? Esmeralda. Esmeralda? Hitsimi, Mario! Hitsimi, ja genau. So. Toma-to. Wo bist du? Es ruckelt ein bisschen bei mir. Du ruckelst. Und du ruckelst. Da, Tomate. Mit Schür. Tomate abgebaut. Toma-to? Toma-to? Ich mache die Water-Ring-Can mal hier wieder rein, ne? Oh ja, mach mal. Schön, dass du an meine Water-Ring-Can denkst. Ja, ja. Fuck you. Eigentlich musst du es mal halten. Nein, ist schon wieder alles weg. Keine Stufen mehr. Mann, ey. Lecker Spaghetti. Die esse ich jetzt. Mal gucken, wie viel die heilen. Ich habe jetzt drei Dinger. Futter die. Okay, hab. Und hab sieben. Die bringt einfach mal vier oder dreieinhalb. Sehr schön. Claim Reward kannst du übrigens wieder machen. Okay. Ich brauche aber noch ein bisschen Clay, bevor ich den Reward claim, ne? Du kannst sogar zweimal, du kannst sogar dreimal Claim Reward machen. Ach du heiliger Bim Bam. Was ist denn los bei dir? Uns fehlt nur noch das, das herzliche Frühstück. Oh. Steel Powered Flight? Ist die nächste Questreihe? Das klingt interessant. Oh ja. Claim Reward. Jetzt habe ich quasi noch zwölf Minuten für die letzte Quest zu machen. Das wäre doch machbar. So, wenn du übrigens nicht einmal deine ganzen Herzen hier reinbringst, dann dreh dich dir in die Eier. Die sind doch da drin. Ich habe nur zwei. Ich wollte doch gerade sagen. Hast du jetzt echt, bevor du geguckt hast, mich schon angemerkt hat in der Annahme, dass ich das nicht gemacht hätte? Du bist ein Schweinchen. Du bist ein Schweinchen. Ein Schweinchen. So, hearty breakfast. Äh, breakfast. Breakfast. Oh, ich kann das nicht. Was brauchen wir dafür? Schokoladenmilch. Melonen. Apple juice. Oh, du brauchst Kakaobaume. Bäume oder was? Aber wir haben ja auch Kakaosamen. Alles gut, alles gut. Ich brauche... Ich brauche ein Toast und ein Apfelsaft. Das habe ich schon. Nebenbei machen. Ich habe doch noch Papier. Dann habe ich noch ein bisschen Leder. Du könntest mal nach dem Dings gucken. Nach dem was? Ähm, wie heißt das hier? Das Zeug. Was für ein Zeug? Cooked Porkchop. Ähm, nach den Ender-Dingern könntest du gucken. Ach ja. Die schon gut sind. Stimmt. Wow. Oh, ey. Groß aus. Oh, das sind ja interessante Pflanzen. Nein. Eine hat 71%, eine 43%, eine immer noch 14%. Oh. Ja, die stechen. Verdammt. 57%, 14%, und 57%. Kann aber keinen Shader benutzen. Ah, du bist rausgeflogen? Ne, das passiert. Das wird mir immer passiert, wenn ich mit dem Shader spiele. Es tut sich nichts mehr. Oh, oh. Kann nur noch die Maus bewegen. Das dauert jetzt wahrscheinlich zwei Minuten und dann geht's wieder. Oh, oh. Oh, Clay. In deiner Kiste. Danke. Schwein. Ah, du hast sogar noch Bricks, die nehm ich mir auch. Das sind das keine Leather-Bricks? Guck mal nochmal. Das sind Bricks. Ganz normale Bricks. Ganz normal. Oh, da ist noch Bone Meal, das nehm ich mir, das kann ich hinten reinpacken. Leather. Du sagtest, du hättest ja Leather gehabt. Ja, das hab ich in deine Kiste gemacht, hab ich dir aber auch gesagt. Ah, dann haben wir nur drei Leather? Ja, das war besser als nix. Ja, dann mach ich's aber lieber das alternative Buch-Rezeptor. Das geht, glaube ich, ein wenig schneller. Ja, wir werden ja auch wieder mehr bekommen. Wie war denn nochmal ein Buch binden? Also ich muss... Ja, ich glaub, das war drei Blätter. Äh, hier sind noch Bricks. Dann shapeless. Nimm's. Ja, leg hin, ich nehm sie gleich. Muss aber der Durchlauf, nur Depp. Was? Oh, so vieles, danke. Das und das habe ich. Dann brauch ich eigentlich nur noch... Ach, du hast die aus dem Ofen genommen, du Honk. Ja, klar. Ein Ei und ein Skelett. Okay. Habe ich doch alles noch? Ich hab auch noch nicht fertig. Nö, ich mach erst... Ich guck mal erst, äh... Schuck. Schätze. Nein. Erstmal mach den Book. Wie war jetzt ist denn das... Wie war... Wie mach ich dann einen Book? Ich kann es dann einen Book machen. Eins Ströhn und... Zwei Blank Pattern. Blank Pattern. Da brauch ich noch... Potato Cakes. Nimm's mir mal. Uh. Oh, nehm ich mir mal frisches Holz aus der Kiste. Oh, was ist denn mit dem Haar? Was war jetzt schon wieder los? Oh, nein. Hat das schon wieder gemacht. Der Plante hat... Potato und Onions brauche ich. Okay, ab geht's. Der Plante hat, ja. Sprich ruhig weiter. Scheiße gebaut. Hmm. Weiß nicht, ob das wirklich von ihm kommt. Du Penner. Warte, ich muss den Harvester neu setzen. Äh... Wo ist er? Oh, 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 oh. Was ist das Tin Upgrade? Ach, der liegt da noch. Äh, da ist er, da ist er, da ist er, da kommt er rein und da kommt er so und dann muss ich gleich nochmal den Wrench haben. Wo ist denn eigentlich mein Wrench? bestimmt in meinem Golden Bag of Holding. Ja, da ist er. Haben wir keine Potatoes? Gibt's aber gar nicht. Nee, haben wir noch nicht angebaut. Kannst aber gerne machen. Aber wir haben auch keine Samen. Doch. Wo denn? Ähm, in der Sortierkiste. In der Sortierkiste? Ja, die Kiste hinterm Siebsystem. Jetzt muss ich nochmal da rüberlaufen. Manu. Arbeitest du jetzt mal wieder oder muss ich manuell den Baum aufbauen? Ich bin die ganze Zeit am Arbeiten. Hat der Harvester gerade gesprochen? Nein. Ich glaube, der hat gerade gesprochen. Der hat sich beschwert. Dann hat er wahrscheinlich recht gehabt. So, wo soll diese Sortier... Da ist wirklich die ganze Zeit am Arbeiten. Wo sollte diese Sortierkiste jetzt sein? Na, die Sortierkiste hinterm Siebsystem. Die Endkiste. Hier. Die. Da sind... Habe ich glaube ich irgendwo welche gesehen. Ja. Die roten Potato Seeds da drin. Da sind sie. Vielen Dank. Firma dankt. So, das ist an, oder? Läuft da? Oh, ich muss mich sogar ein bisschen beeilen. Okay. Shareleafs. Oh, die Kiste. Kannst du uns higher, Bädchen? Ja, sofort. Ich mach mal eben. Shareleafs. No. Okay. Alter, unsere Kiste hier läuft komplett voll. Das läuft schon außen raus. Ich wusste gar nicht, dass es passiert, wenn die Itempipes zu voll sind. Läuft über, oder was? Ja, läuft über. Kein Glück. Ne, ich muss mal, damit der Server hier nicht verrückt spielt, gerade ein paar einsammeln. Die Blätter. Und wegschmeißen. Ich muss jetzt schon Blätter wegschmeißen. Stell dir vor. Ja, du sollst vielleicht eher mal ins Bett gehen, weil auf der Insel spawnen Monster. Überall? Zumindest viele, ja. Okay. Ich gehe, ist gut. Ja, ich will nicht, dass der Server hier Probleme kriegt, wenn... Ja gut, wenn da noch mehr Monster dazu kommen, wird es jetzt nicht wirklich besser. Ne, das stimmt, da hast du recht. So, jetzt brauche ich noch Butter. Butter, Butter, Butter. Butter, Butter, Butter. Ich hau dich mit Dachziegeln. Salz und Heavy Cream. Brauche ich noch Milch. Okay, das kriegen wir doch jetzt hin. Oh, ich bin verhungert. Oh, Kinsey, ey, ohne Scheiß. Running Gag. Nicht dahin gehen. Ich sammle die Sachen wieder ein. Ohne Scheiß. Ja, komm. Du bist ein Amateur. Haltenmund. Nein. Oh, Mann. Du verbrätst meine Leben mit Dummheit. Es tut mir auch leid. Liegt da unten noch was? Mann, ey. Ist echt ärgerlich. In der Tat. Wo sind denn die ganze Scheiß hingelandet hier? Da hinten liegt sogar noch was. Kinsey, du sollst dir mal was zu essen nehmen, bevor du irgendwas anderes machst. Ja. Salz und das da. Salz, Salz, da ist Salz. Ich wäre ein super Koch geworden. Wenn ich kochen könnte. Klingt logisch, ne? Ah, sorry. Muss mal ganz kurz. Butter, Onion, Potatoes. Wohin. Ja, okay. Ist gerade ganz wichtig. Einen Moment. Auf Wiedersehen. Verhungernet. Alter Vater, ey. Ist der in einer Aufnahmesession schon mehrmals gestorben an Hungertod? Eigentlich müsste man wirklich verprügeln dafür. So, so, so. Jetzt habe ich aber alles da für dieses herzliche Breakfast. Toast. Apfelsaft. Das. Das. Und das. Yay. Plutsch. Claim Reward. All Quests completed. Na, das sieht doch mal fein aus. Und Kinsey ist natürlich nicht da. Nee, 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 nee. Ja, da bin ich wieder. Ging gerade nicht anders. Meine Katze hat einen epileptischen geschoben. Wir haben 100%. Ach, hör auf. Und ich war nicht da. Ja. Aber ich musste weg. Mann, das ist fies. Leben ist nun mal unfair. Ja. Naja, wie dem auch sei. Ja, dann haben wir jetzt ja, wie viele Punkte? Vier, ne? Geil. Drei. Immer noch. Drei. Dann bringen die Leben ja mehr. Wir müssen uns irgendwas überlegen, dass die Leben nicht so viel bringen. Die Leben sollen ja nicht ausschlaggebend für die Punktzahl sein, eigentlich, oder? Questreihe Hell's Kitchen Complete. Was wollte ich jetzt eigentlich? Ach ja, in meinem Golden Bag of Holding mal nachgucken. Ich höre einen Mikrozombie, ich höre einen Minizombie. Kitchen. Hundert Prozent. Ach, der ist dahinter, glaube ich. Okay. Ah, Questbook ist, wo runtergefallen war. Oh. Naja, ist ja nicht viel anfangen. Nö. So, ich geh jetzt mal hier reingucken. Flutsch! Oh, das Dach ist ja noch gar nicht fertig. Lass aber kein Zombie raus hier, während ich da am Rand stehe. Nö, nö, nö. Da fehlt aber oben noch eine Dings auf dem Bums. Ach. Meinst du das Dach oder was? Fehlt noch eine komplette Reihe, ja, ja. Ach, wirklich? Nein. Nee, weil du mit der anderen Seite schon angefangen hast. Ach so. Ja, okay. Hast du recht. Hätte ich auch erst was machen können. Ich geh mal ins Gym. Ja, das hast du ja auch nötig, ne? Ja, auf jeden Fall. Du. Unsportlicher Minecraft-Kartier. Ey, 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 jetzt schiller wir mal, brauchst du nicht beleidigend zu werden. Ach, ja. Du, 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 du. So, noch jakieś Mobtufs, alles reinbringen. Mobtups reinbringen. so langsam aber sicher dürften diese ender kack miss dinger mal fertig werden das dach auch 71 prozent die hängt ganz schön auf 71 prozent und teilweise welche die auf null prozent hängen ich verstehe es nicht so ganz auf null ja das finde ich seltsam ist hier mal aufgefallen dass diese ender lilies ja war schaden machen ja klar ich bin auch eben vorbeigelaufen ja aber das ist irgendwie nur die animation ach so dass sie ziehen hunger ab weil die lebenspunkte habe ich jetzt keine verloren ich hab's jetzt mal ausprobiert seltsame teile dass mein quest bookwerk ist es finde ich auch seltsam ich glaube sonst habe ich alles eventuell verschwindet das auch immer keine ahnung ne da ist es doch alles klar dann hole ich mir auch mal die belohnung kriegen wir auch eine belohnung für die ganze reihe irgendwie nicht auch ein bisschen blöd also ich habe auf jeden fall noch nicht rausgefunden wo es die denn gibt stil working and you müssen wir herstellen das glaube ich kann dort wo haben wir nur anklären die zombie quest können wir noch mal machen die zombie quest können wir noch mal machen das gibt noch mal ein liebilein schön kannst du noch mal verhungern ja merke ich mir ja hier kann ich mir wenigstens das essen sparen so praktisch ja essen haben wir auch keins deswegen ja essen das sinnvoll ist das sinnvollste dann lieber ein leben zu verlieren finde ich auch schön dass es auch so siehst was ist das denn oh man scheiß treppe ist eigentlich die nächste steelworks so die und mir ist mir 0 im omb set FREE warum ist das nicht nochborn jetzt die STUDY tut 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 erfüllung ich spreche jetzt hier ist biết wenn ich so 14 was geht da denn ab bei den nachbarn bitte die Poltern da rum Oh, wir sind schon wieder bei 21 Minütchen. Was? Ja. Alter, du blockierst überall deinen scheiß Brickmist. Nicht raus. Ich mach die Bricks in die... Doch, ich muss grad rausnehmen. Ich mach die Bricks in die Kiste hier neben dem Redstone Furnace. Okay. Ja, wenn sie fertig sind, alles gut. Das muss ich mir wieder runter. So, zwei, das müssen drei gewesen sein. Kannst eigentlich gleich die Abmode machen, ne? Ja, jetzt? Ja. Okay, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Minecraft Sky Solated, Folge 64 dann schon, ne? Oh, du frast mich schon. Ich glaub schon, ja. Ich glaub schon. Und da ist unser neuer Slime Tree. Yay! Alter, der ist voll groß. Das stimmt. Aber du hast das alte Blattwerk ja auch stehen lassen, ne? Ja, klar. Dann sieht er größer aus. Mach ich bei anderen Sachen auch so. Ich lass das Blattwerk stehen, dann sieht er größer aus. Ah. Okay. Ja, dann reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.